Moin moin liebe Leute und hallo, ich möchte euch nur kurz Bescheid sagen, dass ich gleich anfangen werde zu streamen. Gleich heißt in diesem Falle um ca. 18.30 Uhr auf dem Kanal auf Hitbox, also Hitbox slash ChrisTulu. Der Link steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und als erstes werde ich Smite spielen und vielleicht dann im Laufe des Abends noch was anderes. Mal schauen, wie wir so Lust haben. In jedem Fall geht der Stream mindestens 2 Stunden bis also ca. 20.30 Uhr. Ja und dann schauen wir weiter, ob überhaupt noch Leute da sind, Leute Lust haben oder eben auch nicht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und bis dann. Tschüss!